Sucht alles ab. Alles bleibfressen. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Geh in Deckung. Das heißt, ich bring das Ende. Ich brauche Hilfe. Du, stopp. Das darf nicht wahr sein. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjaght. Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Begley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Zeh her, Baby. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London, Patent. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Torenkonferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Fuck! Dorten, sie haben uns! Los, aufs Dach! Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Das Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Berkeley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich es auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Dorten, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Was ist das? Was? Was? Ahem. How are you? Okay. Das war's für heute. Oh, shit. Oh mein Gott, schütze ihn! Gah! Okay, okay, okay. Bingo. Was? Nein, nein, nein. Gut gemacht, Ortenwolf. Ich nur noch einen drauf. Wer zum Teufel seid ihr? Oh, du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fühlte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausende... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass sie schon immer Opfer gab, hm? Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero day. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zweit für ein Neustart. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und ja. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt, es wird aber davon ausgegangen. Wir haben sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles heran. Wir haben eine Pressekonferenz in der Downing Street, weil der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung London zu betragen wurde. Cass schwor, Deathsangling festzumachen. Die Terrorgruppe, die in den Nachtdemonstration nutzte LBM modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Deathsang zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrufe. Unternehmen Großbritanniens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend? Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von vier der fünf größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Audiencemandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Kontrollplatte... ...der Berichte ist der Trafalgar Square aktuell nicht schauplatzgrößerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Airbnb hat die wenigen Störungen... Und die Anführlichkeit vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien, der Terroristengruppe Deadsex seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Die Fakten stehen in diesem Fall eben einfach für sich. Die Fakten stehen in diesem Fall. Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich der ZEG nicht hochfahren. Sehen wir in London City OS nach, wer verfügbar ist. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hektivisten und angebliche Terrorgruppe Deadsex. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir Deadsex verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt, finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir schon mal an! Und unsere Stadt! Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Elvian hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als Deadsex jemals. Riecht nach Sündenbong. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt Deadsex die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? Deadsex ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war Deadsex wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor Deadsex als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Kryptoking. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Glaub mir, Claire. Sie waren es nicht allein. Alle stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Bloom, Sky-Scheiß-Larsen und die gesamte Downing Street. Sie wollen, dass wir Angst haben. Wollen unsere Gedanken kontrollieren. Jeden Tropfen Nutzbarkeit aus uns rauskitzeln. Und nach dem Tod sogar unsere Leichen verkaufen. Und was sollen wir dagegen tun, Krypto-King? Untertauern. So tief, dass kein elektrischer Signal durchkommt. Es geht nicht anders. Okay, ich bedanke mich bei allen Anrufern. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir die Wahrheit zu suchen. Nächste Woche besprechen wir bei Buccaneer Radio den Albion-Konzern. Wer sind die Männer und Frauen, die fette Lütz? Blut. Scheiße, es ist noch viel schlimmer als ich dachte. Ah, da ist ja noch jemand. Du bist wohl Dead Sacks letzte Hoffnung. Ja, der steht eher. Der passt nur der R zu mir. Äh, nee. 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 Du schon eher. Beenden wir schnell. Beenden wir schnell. Gib vermischen. Geh. Ja, ja, ja. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, der Zack braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Ja, klar. Was soll's. Oh. Ich schicke die Koordinaten. Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeit gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Fuck! Ich stecke in einem Spiel Maddenfilm fest. Das ist crazy! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du gehörst zu Sabine, stimmt? Dann sehen wir uns später. Du packst das, Mann! Du hast es drauf, Bro! Oh! Was ist das? Yo, yo, jemand da? Schalt mir den Saft besser wieder an. Schalt mir den Saft besser an. Schalt mir den Saft besser an. Schalt mir den Saft besser an. Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Also, Bagley Bax, wenn DedSec die Stadt nicht bombardiert hat, wer dann? Ich habe eine Erinnerungslücke, nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich, nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Kommt zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Also, ich weiß nicht, ob ich die Schuhe geschoben habe, wenn ich die Schuhe geschoben habe. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Alter! Wie ist eine Lady wie du da nur rausgekommen? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Ja, Mann. Weißt du, es ist hart hier für DedSec, Bro. Ich wollte eigentlich immer bei euch einsteigen, aber ich will ja auch nicht drauf gehen oder so, nicht wahr? Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich... Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, dann kann es keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Wenn ich schon draufgehe, dann mit Glanz und Gloria. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit un... lässlich ist. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine Happy' zu zeigen, dass du das kannst, wo du dir siehst. Ich bin dann mit der Ruhige Verbrauch. Ich bin dann mit meiner Versteckung. Ich bin dann mit einer Versteckung, Ich bin dann mit der Ruhige Versteckung. Ich bin Claire Waters. Und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hecken. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Ich meine, schau dich doch mal an. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Erbien dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Sie knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DeadSec benutzen wir Waffen nur am äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson geblieben? Sie knallen dich doch nicht! Glad erbierd. Ich komm gleich runter, kann das Training brauchen. Fangen wir mit einfachen Schlägen. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachbind. Ja, guter Schlag. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Besser hätte ich's auch nicht gekonnt. Du lernst schnell. Du kannst denn... Oh, oh, oh! Was ist das? Oh, shh. Okay, Ausrüstung bereit. Du weißt, wie du dir nicht selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden und ihnen den Tag versauen. Aber für die Laufarbeit brauche ich jemanden, der auch laufen kann. Ich hoffe, du bist so weit. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst. Jetzt dabei, denk dran, du repräsentierst jetzt der Zeck. Okay, dann los. Wo fangen wir an? Eins ist sicher. London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit, jagen sie den Leuten Angst ein. Scheiß Albion. Halt, hab ich recht? Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken. Indem wir ihnen zeigen, dass Albion nicht die Lösung, sondern das Problem ist. Dafür brauchen wir Informationen. Ich schicke dir zwei Koordinatensets an deine Optik. Danke, Bagley. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Zum einen müssen wir die Albion-Propaganda stören und die Leute daran erinnern, dass Albion keine heilige Kuh ist. Und zum anderen brauchen wir Infos über Albion-Operationen, wenn wir ihre Pläne vereiteln wollen. Bist du dabei? Oh, fuck. Ja. Ich werde hier alles niederknüppeln. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot.